Dies hier ist eine 10 Liter Papierspezialtüte für Biomüll und deren Anblick sollten Sie sich merken, denn vielleicht gehören Sie ja zu den Glücklichen, die am 3. April von der Firma Keilbaustoffe Heuchelheim und Reiskirchen einen 10er-Pack in ihren Briefkasten gesteckt bekommen. Was hat es mit dieser Tüte auf sich? Wir präsentieren unsere Idee, die wir zusammen mit Baumit verwirklichen wollen. Umweltschutz im Kleinen und wir werden eine Aktion starten, wo wir Biomülltüten an alle Haushalte verteilen werden. Der Hintergrund von der Aktion ist, dass wir uns zusammen mit unserem Lieferanten der Firma Baumit überlegt haben, a, wie können wir Wohngesundheit noch weiter in den Vordergrund stellen, b, wie können wir unseren Bekanntheitsgrad im Raum Gießen als Naturbaustoffhändler steigern. Jeder kennt das Problem zu Hause mit der Entsorgung von Biomüll und wir haben uns überlegt, mit dieser Biomülltüte, die vollkommen recycelbar ist, einen kleinen Beitrag zu leisten. Das ist die Biomülltüte, die Sie am 3. April in Ihrem Briefkasten finden werden. Ab dem 4. April erhalten Sie diese Tüten bei Keilbaustoff. Damit leisten wir einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz, kein Plastik im Biomüll. Und wir suchen noch weitere Partner, die bei dieser Idee mitmachen, damit Sie diese Tüte verteilen können.